Hallo, Zwangchen! Ihr kommt dann da in die Ecke. So, jetzt von weiter weg. Doch, das gefällt mir. Das ist jetzt unsere kleine Bootshütte. Wow, wie jetzt hier schon Gestalt annimmt, ne? Jetzt müssen wir mit dem Kies noch einen Weg da drum rum buddeln. Ich hab keine Schaufel, doch, ich hab eine Schaufel dabei, jede Menge sogar. Ja, ich hab mir doch welche gemacht. Jetzt machen wir uns mit dem Kies dann hier noch so einen Weg drum rum. Der führt hier direkt an der Landzunge entlang. So. Und dann machen wir hier noch einen Steg raus. Und dann können wir dann Boote ankern. Und dann hätten wir das auch schon. Hier kann noch ein bisschen mehr Weg zum Meer. Auch hier noch. Und jetzt holen wir mal den Kies Richards wieder raus. Hey, Kies Richards! Sing mir einen schönen Song. Das war doch ein Sänger, oder? Wo war denn das jetzt hier? Ähm... Sand kann wieder da rein. Boah, mein Inventar ist schon wieder... Habe ich nicht Inventory-Treeks installiert? Nein, das funktioniert nicht. Okay. Funktioniert nicht mit dem Shutter zusammen. Oder ich muss es nach Optifine installieren, weiß ich nicht was. Meins, meins. Meins, meins, meins. Meins hier singt und lacht. Reicht das? Sonst holen wir uns da unten noch den Kies raus. Der steckt ja da noch in der Wand. Ich weiß zwar nicht, wie er den Kies Richards da in die Wand gepackt hat, aber langsam wird der Witz auch unlustig. Ach, jetzt habe ich dadurch Flint in Stil... Flint gekriegt. Hey, Flint in Stil können wir uns auch mal machen. Lass uns was anzünden! Randale, Randale! So. Das führt uns dann hier zu unserem Haus. Dann kann das hier raus. Nicht mit dem Keksen in der Erde. Jetzt habe ich dreckige Kekse. Ach, Honey, das war doch blöd. Extrem dumm. So. Dann bauen wir das hier noch so. Ein bisschen drumrum. Ups. Doch, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Jetzt kommt hier noch nebens Haus Holzvorrat. Sieht gut aus. Cool. Voll cool. Die Sonne geht schon wieder unter. Cool. Hallo, Schaf. Jetzt wachst du mal schneller, du blöde Erde. Die Erde denkt sich, ich bin nicht blöd. Wenn du mich noch einmal blöd nennst, dann wachse ich gar nicht mehr. Irgendwann setzen wir ja diesen Bereich wenigstens aus, ähm, nur aus Sand und Erde, weil das sieht dann auf die Dauer mit dem Stein da drüben gut aus, aber hier nicht mehr. Hier noch zu und dann kann man da noch zu machen. Ich dachte schon, da steht ein blauer Creeper, aber falsch gedacht. Da drüben ist jetzt eins von unseren Schafen abgehauen. Geht doch nicht. Einen Bootssteg wollte ich auch noch bauen. Dann rennen wir mal nach da drüben und holen mal unsere kleinen Knuffis ab. Hallo, Blauschis. Hey, komm mit, komm mit, komm mit. Kör mit, kör mit. Und Kühe müssen wir uns auch noch irgendwie hierher holen. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen, aber sie folgen uns gut. Sorry, mehr habe ich leider nicht. Vielleicht wäre es jetzt heute meiner Zeit, Monster zu kloppen, wenn schon die Nyan-Kette am Himmel steht. Dann will ich aber vorher die da reinlegen. Keks esse ich jetzt nochmal ein. Leg den dann hier rein. Steine können weg. Keith Richards kann weg. Die hole ich hier ab. Dann kann der... So rum. Ich kann das da rein. Oh, Kegelsteine, Kegelsteine. Komm erst mal daneben. Wie sieht es hier aus? Auch graf gebrannt. Boah, gibt das viele Erfahrungspunkte. Alter Schawede. Machen wir das erstmal so. Holz kommt dann hier hin. So. So, so, so. Treppenstufen auch. Sand kommt da auch rein. Oh, hier ist auch noch Lehm. Hier wird noch gebrannt. Ich habe da noch ein Bett. Ich könnte mir ein Doppelbett machen. La, 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 la. Dann sollte ich weit weg von meinen Hundis gegen Monster kämpfen. Sonst spawnen die mir alle nach, wenn ich einen Hit in den Kopf kriege. Bäää. Könnt ihr gerne reingehen, wenn ihr wollt. Bäää. Bäää. Spielt ein Baumschwein. Cool. Scheint normal zu sein in Minecraft so. Baumschweine. Aus unserer Monsterfalle müssen wir auch noch was machen. Wie gesagt, ich würde dann gerne da unseren unterirdischen... Und hier können wir auch noch was draus machen. Also wirklich den unterirdischen Glaskäfig wäre toll. Da steht gerade so wunderschön ein Mr. Skeleton, dass ich dem gleich so wunderschön Hallo sagen muss. Au. Stirb. 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 Hunde nicht nachgespawnt. Gut, dann sind wir weit aus der Range. Oh Mann, und hier so viel Clay, den ich gerne für mein Dach benutzen würde, das ich immer noch nicht habe, wie man dort hinten unschwer verkennen kann. Aber es sieht von Weitem schon schön aus, unsere Bude. Na, dann gehe ich jetzt mal da drüben. Skeletons und Elfen kloppen. Ja, ja. Da habt ihr das letzte Elfenlied gesungen. Mo-mo-ment. Mo-ment. Mo-moment. Mo-mo-moment. Mo-moment. 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 Monster-Clop-Zeit. Nur mit der richtigen Musik wird das zu einem richtigen Gemetzel. Und ordentlich Spaß. Hallo, liebe Skelett. Ich habe hier ein Schwert für dich mitgebracht. Und ich fände es sehr... Jetzt hast du das Schweinchen. Du hast das Schweinchen gehauen. Oh nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Aua, 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 sagt der Bauer. Die Milch war ganz schön sauer. Sauer, weil ich sie habe versauern lassen. Au. 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 Hast du die Spinne getroffen? Au. Nein. Böse Skelett. Böse, 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 böse. Böse, 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 böse. Oh, ich muss mal wieder ein bisschen Fersengas geben hier. Fersengeld, meinte ich. Habe ich was zu essen dabei? Nein. Na, das war ja immer wieder granios. Da habe ich immer wieder mal expected, wie man das Ganze hier macht. Sterben Sie bitte. Gibt es hier nicht ein paar Zombies? Gegen die kämpfe ich dann doch wieder ein bisschen lieber. Hallo. Das ist schon wieder einer, der seine Unterhose nicht richtig anziehen kann. Muss das denn sein? Sieh doch, das ist doch eklig. Guck da die Arschritze raus. Und da ist ein Piratenskelett. Dumm, dumm, dumm. Ich schleiche mich an, das bringt mir gar... Wow. Voll in den Kopf, Mann. Au. Schon wieder. Hauen Sie ab. Mann, lassen Sie das. Verschwinden Sie bitte. Die Zombies kämpfen das ja einfach. Da muss man so draufhauen. Oh, jetzt kommt die Spinne. Ah, uh, ah. Wo kommt der denn her? Uh, ah, so viel. So viel auf einmal. Ja, dann kommen durch die Schweinchen gekrochen. Und Sie können gerne stehen bleiben. Und Sie haben da wieder eine Fleischwunde, die ich jetzt... Ah, ich will Sie darauf hinweisen. Genau da. Da haben Sie die. Da ist die Fleischwunde. Oh, ein Creeper. Ich will aber noch das da einsammeln. Vielleicht bin ich weit weg von dem Creeper. Wow. Welch erfolgreiche Jagd. Hey, was bist du denn? Du bist tot. Definitiv. Ähm. Ich glaube, ich will doch wieder nach Hause. Mi, 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 mi. Oh, ich könnte mal da Treppenstufen anbringen an meinem Haus. Ah, das klappt wieder nicht. Die werden ja wieder umgekehrt... Wobei, wenn die jetzt umgekehrt da dranhängen, dann ist das wenigstens wie ein richtiger Bootsteg. Das wäre was. Da würde ich sowieso noch halbe Holzstüffchen draus machen. Oh, ist gar nicht umgekehrt. Jetzt schon. Das ist doch... Das ist... Oh, ich kann da nicht dran hochklettern. Ich dachte... Oh, oh, Schande. Doch, kann ich. Ausgezeichnet. Ähm, Moment. Jetzt haben wir ja wieder schön entspannt hier bei unserem Hausplatz. Dann fall halt runter. Ist mir doch egal. Warum? Warum tust du mir das an? Warum tust du mir das an? Jetzt das. Hallo, Kinas. Oder noch, Kinas. Was bin ich denn da draußen rumgeschrien? Meine Nachbarn sind schon wieder hyperaktiv. Ähm, ich könnte ja mal ein Gehirn essen. Oh, ihr wollt Gehirn? Okay. Oh, jetzt habe ich dich mit dem Ei abgeworfen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Sorry. Es hat dem richtig wehgetan. Oh, ein kleiner Knuppi sitzt. Warum sind die jetzt... Raus da. Raus da. Warum glitscht denn der da am Boden? Warten, bis er mir nachspawnt? Baby? 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 Hat das Baby? Baby, geht's wieder nicht gut? Aber ich habe für dich hier was. Nam, nam. So. Kakaobohnen sind da draußen auch wieder gewachsen. Sehr schön. Hier kann ich auch wieder was ab. Ich würde aber gerne noch warten mit dem Ernten. Boah, das sieht toll aus wie so Kürbisse. Kakaobohnen sind halt auch sehr orange. Aber durch den Schäler wirkt das Ganze noch orange. Und das wollen wir eigentlich nicht. Warum muss ich es mir gerade so laut? Wie sie leiser machen. So schöner. Boah, kriegen wir hier viel Kakao. Also Kakaokuchen wäre jetzt noch toll. Da wäre ich richtig für. Das ist alles fertig, ne? Exzellent. Wo haben wir hier? Zwei Stück habe ich dafür nur gekriegt. Na, was? Was, 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 was? Da habe ich gar nichts für gekriegt. Was, 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 was? Ups. Habe ich was kaputt gemacht, was noch hätte wachsen können? Was, 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 was mache ich da? Was, 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 was? Der war, glaube ich, auch noch nicht ganz reif. Aber der ist reif. Reif für die Insel. Vorsichtig. Nicht zu sehr springen, Honey. Nicht zu sehr springen. Zack, zack, zack. Okay. Können wir uns wieder ein paar Kekse machen. Kekse. Äh, geht zu. Krümel Monster Time. Und zwar doch eine ganze Menge sogar. Cool. Können wir uns reinziehen. So eine Oreo Textur wäre auch nicht schlecht. Aber ich mag diese Schokokekse. Diese krümeligen Schokokekse sind die besten der Welt. Mh, mh, mh. Ähm, da kommen die wieder rein. Wir können nochmal die, die können wir mal, ach, wir teilen die mal, dass wir ein bisschen was im Vorrat haben. Kuchen könnten wir auch mal machen. Dafür brauchen wir allerdings einen Eimer und Milch. Und zwar eine Menge Milcheimer brauchen wir dafür. Jetzt nochmal eins, zwei, drei, vier. So. Machen wir uns doch mal ein paar Eimer. Können wir eh gebrauchen. So. Die kann man jetzt erst decken seit neuestem. Richtig geil. Richtig. Klasse ist das. Und Blümchen kommen da rein. Entsetzlinge kommen da rein. Die können dann mal hier oben die über die Kekse drüber. Die Kakteen. Kann ich mal zu Kaktusgrün verarbeiten, wenn ich dann will. So. Angel habe ich auch noch. So ein Flint habe ich auch noch. Den sollten wir nochmal ein bisschen angeln. Damit wir, wenn wir dann doch mal wieder in den Dschungel gehen. Das möchte ich nämlich jetzt als nächstes machen. Wieder zurück in den Dschungel. Back to the roots. Dass wir uns... Moment, ich habe noch eine andere Idee, was ich noch machen könnte. Tuten sollte, müsste, wollte, möchte. Klack. Klack. Äh, wo war jetzt das Holz drin? Da. Genügend Stickys. Für... Ja, das Zäune reicht. Für einigermaßen genügend Zäune. Der ein oder andere kann es sich vielleicht denken, was ich machen möchte. Eben bald bemerkt, möchte ich auch Fackeln machen. Da habe ich nämlich nicht mehr viele. Nicht lang Fackeln. So. Na, halt. Zack. Zack. Hallo, Schweinchen. Und... Irgendwann zäune ich dann dieses ganze Gebiet ein. Aber jetzt noch nicht. Hier. Und da. Und... Hier. Und da. Und hier. Und... Hier sind ganz schön viele Birken nachgewachsen. Die lasse ich mal. Das ist ein richtiger kleiner Birkenhain. No? Boah, Mann, Honey. Du lachst über deine eigenen, miesen, schrecklichen, grauen, vollen Witze. Wie kannst du es wagen? Birkenhaino. Lol. Der war schlecht. Oh, ein Hühnchen. Ein Ei verloren. Da-la-la-la. Au-wah, au-wah, au-wah. Also.